Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. In der letzten Folge haben wir mit Carlos Jill das Gegenmittel gegeben, den Impfstoff. Jetzt ist sie gut wieder auf den Beinen. Nemesis ist dann irgendwie zurückgekommen, weiß der geil warum. Der dachte sich wahrscheinlich, oh, Jill, ja, Jill, wie ich muss Jill noch penetrieren. Weil auf Carlos kann er eigentlich gar nicht geil sein, weil Carlos gehört nicht zu Stars. Ganz im Gegenteil, er gehört eigentlich zu Umbraza, Umbraza, meh, aber naja, whatever. Nikolai läuft rum und verteilt C4 wie Lutcher einem Kind. Das heißt, der sehr viel C4, was hier überall rumliegt, und will uns da anscheinend irgendwie wegbomben. Joa, wir sind jetzt hier, sind so kurz vor dem Raccoon City Park. Und da werden wir jetzt mal schauen, ob wir da irgendwie reinkommen können. Und, ja, also das Spiel geht dann doch noch eine Ecke länger, als ich erst dachte. Ich dachte irgendwie, ja, hm, ja, äh, ne, hier, Cocktower und dann ist Schluss. Aber, nö, anscheinend nicht. Gut, da haben wir jetzt mal den, haben noch hier Minengeschosse, sechs Stück, alles klar. Ah, Kiste hab ich jetzt hier aber leider nicht, das ist doof. Das heißt, ich muss erst mal so verbleiben. Na gut, geh mal wieder raus. Gespeichert hab ich jetzt nicht, sollte ich mir nochmal selber sagen. Nicht, dass ich mich dann im Nachhinein wieder wundere, wenn irgendwas schief geht. Ähm, nö, das lohnt sich nicht, euch zu penetrieren. Da drüben ist ja nichts, das ist alles kaputt. Bla, 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 bla. Äh, du bist doof. Du stehst ungünstig. Du stehst ziemlich ungünstig. Da, ich renne genau, äh, da konnte ich nichts. Da konnte ich nichts, mach ja, Mensch. Und? Schon wieder gelb. Ja, weil sie keine Hobbys haben. Ah, holy motherfucking heaven. Blablabla. Sie haben den Parkschlüssel benutzt. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr, bla, 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 weg, stecken, gut. Ja, steck dir mal den Schlüssel weg. Also, bei Ziel drin, ey, alles klar. Welcome to the Park. And the Ninja Turtles dürfen natürlich auch nicht fehlen, ne? Ah, wie geh' ich denn lang? Wie geh' ich denn lang? Wie geh' ich denn lang? Das ist interessant. Jetzt mal hier vielleicht irgendwie gucken. Könnt ihr überhaupt nicht? Weiß nicht, ich glaube, ihr könnt... Oh, ja, ihr könnt sowas von springen. Ich geh' jetzt einfach mal hier rein. Ich hab zwar keine Ahnung, wo mich das hinführt, aber... Ich glaub', es ist alles... Momentan ist alles besser als, ja. Ich will mich da aber noch ein bisschen weiter umgucken. Nicht, dass ich dann hier die Orientierung wieder verliere und so. Ne, 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 ne. Du, ihr seid natürlich wieder zurück an euren Ortchen. Äh, bitte, 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 bitte. Vielleicht ist hier noch irgendwo Kraut. Gut, na, lauf mal gegen die Wand, du Frosch. Du Vollidiot. Kannst du mir doch eh nix von hier oben, Mensch. Ich steh' hier und lach' dich aus. Da geht's runter. Das wurde mir noch gar nicht angezeigt, weg... Weg... Technisch, oder? Äh, nö, irgendwie nicht. Okay, ich geh' erst mal hier lang. Oh! 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 Oh, wieso läufst du zurück hier? Das, äh, das ist auch nicht so abgemacht. Äh, ja, mutierte Frosch halt, ne? Wer kennt sie nicht? Oh Gott. Gott, Elpe! Jetzt, jetzt, jetzt schmeißen sie aber mit Gegnern um sich hier. Hier kann ich diese ganze Gras-Scheiße definitiv gebrauchen, aber habe ich ja nicht mehr hier. Äh, hi. Hi, Doggy. Doggy verdient so Shotgun. So Shotgun in your face. The Shotgun in your face. In your face! Oh, noch einer. Ey, jetzt ist aber mal jetzt hier, ne? Und so. Ja. Auf Wiedersehen. Was? Goodbye, I love you. Oder auch nicht. Oh! Aber wer kann denn das bitte wissen, dass da ein Fass steht, Mensch. Aber so weit wäre ich doch wahrscheinlich eh nicht gekommen. Das ist doch doof. Hier liegt noch ein Umbrella-Soldat. Parkschlüssel. Schlüssel für was? Er hält etwas fest. Schriftlicher Befehl an die Supervisuren. Ich kann nicht lesen, ja. Missionsbedingungen. Bravo 16. Erstens. Je ein Exemplar sämtlicher Informationen im Zusammenhang mit diesem Fall besorgen und sichern. Kampfdaten über UBSCS. UBCS. Überwachen und aufzeichnen. Zweitens. Alle Beweise einschließlich medizinischer Anlagen mit Daten, bei denen medizinische Behandlungen vernichten. Drittens. Fähigkeiten des Probanden überprüfen, ob er die Aufgabe erledigen kann. Wenn der Auftrag beendet ist, Gebiet evakuieren. Es ist nicht erforderlich, irgendjemandem zu helfen, der kein Supervisor ist. Noch irgendetwas mitzubringen. Was? Noch irgendwas mitzubringen, dessen Ursprung sich zurückverfolgen ließe. Ja, whatever, I don't care. Mit anderen Worten, hier Beweise vernichten. Ja, einfach ganz knapp alles vernichten, alles wegstecken. Niemand soll, ich dachte erst aus einem Punkt, aber es ist ein Stück Blatt. Niemand soll merken, dass Umbrella irgendwas damit zu tun hat. Das ist schon irgendwie klar, ne? So. Das ist das hintere Tor zum Raccoon Park. Ach, wir sind doch nicht mal im Park. Okay. Verschlossen. Kann ich da nicht einfach was draufbämmen oder so? Was ist das jetzt? Ah, guck mal. Mägen und Geschosse. Nice. Mö. Ähm, Toi? Verschlossen. Ja. Ich denke mal, raufbämmen bringt ja nichts. Kann ich ja hier. Kein Durchgang. Wow. Ich dachte, du liest das jetzt vor, aber gut, da haben sie eben Zeit Warning. Mit kein Durchgang besetzt. Okay. Blablabla. 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 Also ich habe ja untersucht. Dort vielleicht in der Tonne noch irgendwas. Nö. Alles klar. Guti, 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 gut. Dann werden wir wohl hier mal reingehen und uns woanders umsehen müssen. Oh nein, die Ninja Turtles. Ich habe sie vergessen. Der kann mich ja niemals lieben vorbei, Mensch. Nein, ich glaube, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Oh, verrecke. Was? Du bist tot? So einfach? Okay. Ich dachte, ihr haltet irgendwie mehr aus. Sehr gut, von mir aus. Auch Frösche haben ein begrenztes Dasein und ein begrenztes Immunsystem, um begrenzigste Begrenzigkeit der begrenzenden Granatenwerfer zustand zu halten. Sinn? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wahrscheinlich gerade absolut fehl am Platz hier. Genauso fehl am Platz wie diese... Oh Gott. Ninja Turtles! Ninja Turtles! Jetzt mal hier rein. Und dann werden wir da wahrscheinlich den Schlüssel irgendwie einsetzen oder so. Dieser gottverdammte Regen, ey, ne? Das Aussehen der Fontäne verändert sich nach Kombination der Hebel. Ja, ne. Und so, ne? Ein Schaltpunkt für die Fontäne. Ne, erstmal nicht. Erstmal gucke ich mich so um. Will ich da überhaupt runter? Ich weiß ja nicht, Kumpel. Ich weiß ja nicht. Kumpeline. Ho, ho. Oh ja, I love you guys. Ich hab aber irgendwie keinen Platz, Mensch. Oh, das ist jetzt doof. Das ist ja doof. Was mach ich denn jetzt? Äh, wo war der safe? Ja, schon, aber das ist halt... Ne? Ich lauf jetzt. Äh... Ja, ich lauf jetzt zurück. So leid es mir tut und tut, aber ich denke mal, das ist das Beste. Für alle Beteiligten, wenn ich das tue. Ansonsten verrecke ich hier vielleicht noch. Ninja, 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 wo geht's überhaupt lang? Da irgendwie... So und dann hier runter, okay. Ninja, 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 oh Gott. Beinahe. Beinahe. So, das ist ja dann... Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ich muss... Ich sollte euch definitiv beim nächsten Mal, wenn ihr mir im Weg steht, penetraten. So kann das nicht weitergehen, ja. Doof. Doof. Hier rein. Okidokidok. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier wieder zur Kapelle komme. Und dann ein bisschen Platz schaffen. Moment, Nemesis. Ich darf nicht vergessen, dass der gute Nemesis hier noch rumguckt. Oh, ist das scheiße. Oh, crap. Der könnte mir jetzt auch wieder die Tourformer sind, der Sack. Ähm... Da ist ja... Ja, okay. Das geht. Hoffe ich mal. Klar, ich könnte probieren zu penetrieren, um dann irgendwelche Waffen-Upgrades zu kriegen. Aber die Frage ist... Ich bin falsch abgebogen. Aber die Frage ist, lohnt sich das denn noch? Ich weiß ja nicht. Irgendwie... Ne. Dann habe ich im Endeffekt Waffen-Upgrade. Für... Ähm... Für eine Waffe, deren Munition ich mehr nicht habe, weil ich sie verdasselt habe. Und dann... Nö, 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 nö. Das ist dann auch nicht so toll. Let's look, let's see look, let's see look, let's see look, let's see look. Ähm... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich könnte ja irgendwie Magnum... Hatten, ähm... Einen Revolver nicht. Neun Schuss habe ich jetzt mal, wenn das so aufgebaut ist, wahrscheinlich sechs, ne? Ja, alles klar. Naja, gut. Dann eben nicht. Dann kann ich das... Kann ich erst mal... Hatte ich ja keine Muni mehr, lege ich dorthin. Schlüssel brauche ich. Nehme ich jetzt mal ein, in Anführungsstrichen, Elixier. Den Dietrich kann ich dann auch mal erst mal wegpacken. Die Magnum kann ich wegpacken. Den Schlüssel setze ich ja dann ein. Dann habe ich hier zweimal und dreimal grün. Und dann... Und dann... Wie viel Blau habe ich noch? Oh Gott. Äh... Ne. Ne, 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 ne. Ich brauche definitiv... Definitely no... No blaues Gras. Definitiv nicht. Okay. Dann let's go back. Go back, go back, go back. Dö, 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 dö. Frag mich auch, wie die Gegner jetzt, äh, hin sind, die mal hier waren. Haben sich wahrscheinlich Urlaub genommen oder so, keine Ahnung. Und dann, achso, dann war genau ihr Kollegen hier. Da habe ich ja gesagt, da mache ich jetzt nie einen Blick höpfen. Du stehst mir im Weg. Also bamse ich dich... Eigentlich wollte ich dich ja wegb leisten, ne. Aber du gehst mir noch mehr aufm Saalalalalala. ihr seid doch scheiße so verrecke verrecke und so kann sein eigentlich noch bleiben so so allmählich allmählich wird so sowohl munitionstechnisch als auch erb technisch ziemlich doof obwohl wie gesagt krass zusatz kriegen wir jetzt ein ninja turtle hey ninja aber trotzdem so die frage ist was war jetzt zwei und was jetzt drei okay das grüne war drei das ist gut das brauche ich nämlich dringender das also überhaupt das das braucht man immer das andere nicht so und weil ich kein spray habe naja warte mal ich werde warten vielleicht krieg ich ja ja rotes wenn ich glück habe kriege ich rotes ja so weit was will ich denn mit den fontänen hier ich drücke jetzt einfach mal irgendwas ich weiß ja absolut nicht was ich jetzt hier erzeugen möchte einfach mal so hier dann start nichts passiert an sich hier sind verstehe ich ja aber erst mal will ich gucken wofür ich das den scheiß überhaupt brauche und ne weil an sich kann ich ja wie folgen sie die zeichnung um den pool zu leeren weiss schwarz weiß schwarz weiß schwarz ja okay der 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 deckel öffnen weiß schwarz weiß schwarz war das so oder nicht und biete laufet ab bei franz bei berri barri praschis franz nö das war ja unten ja sicherlich aber ach so dann muss das leer bleiben doch doch kann jetzt aber nicht so schwer sein würde blablablablabla blablabla blablabla nö ist doch schon so oder nicht für das eh aber warte warte ja ich glaube ich habs ich hab's weiß schwarz weiß schwarz war zwar aber aber ich wollte nicht starten ach so ich hab nur verstehe verstehe. Der Trick dabei ist, dass ich nicht alle x-beliebig wegdrehen kann, sondern ich muss das alles in einem Rutschen machen. Ich darf 6 6 darf ich wegdrehen. Habe ich das richtig verstanden? Also weiß, schwarz, weiß, schwarz. So, ich will den weißen nach unten. Das heißt, den schwarzen will ich nach oben tätigen. Das heißt, ich werde das so machen. Richtig. Weiß, schwarz. Aber jetzt muss ich das andere ja nach unten machen. Und dadurch habe ich dann schon verkackt. Okay. Das heißt, so geht das auf alle Fälle schon mal nicht. Blablabla, blablabla, blablabla. Dann machen wir das so anders, anders, anders. Ähm. Den da hoch. Weiß. Einmal schwarz. Dann kann ich den aber nicht wieder bewegen. Weiß, schwarz, weiß, schwarz. So, so, so. Perfekt. Weiß, schwarz, weiß, schwarz. Genau so muss das sein. Da, 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 da. Ne, das Rätsel. Ne, das Rätsel. Warum ist es nicht? Weil es lösen konnte. Ja. Pff. Ja. War ganz okay. Möchten Sie leider unterklettern? Ne, ich hab ja... Ich hab ja irgendwie keine andere Wahl, ne? Klick. Oh Gott, Blut. Bede keine Riesenpenetrator. Da hab ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Oh, oh. Oh. Oh, was, 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 was geschieht hier? Böse Geräuschkulisse. Oh Gott, Würmer. Nee, 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 nee. In your face. In your face. Oh, kommt noch mehr. Oh Gott. Toll. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jill. Jill kann die Leiter nicht hochklettern, weil sie grad bin. Das Rätsel kann da sein. 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 Weg. Ja, lad, lad, lad. Oh Gott, das ist nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier richtig so. Okay. Das ist schon klasse. Ewig spawnen. Kein Ding. Aber, ja, irgendwie würde ich das doch schon ganz gerne wollen. Ich hätte es auch gerne gewollt, ohne 30.000 Kugeln zu verschwenden. Aber du wolltest ja nicht. So, wo bin ich jetzt? Ich bin irgendwo anders. Wo es scheint interessant zu Friedhof. Klischee Zombies hier. Also, ja, okay. Hier ruht James Bond. Ah, nee, es ist James Otto. So, in liebevollem Gedanke, seine Familie. Was, seine Familie? Alle in einem Grab? Dein Ernst? Okay. Äh. Nein, natürlich nicht, aber klang gerade irgendwie so. Ja, scheint so der einzige Weg hier zu sein. Da hinten gibt es noch... Oh Gott! Oh mein Gott! Da hinten gibt es rotes Gras. Ich will da hin. Und ihr werdet es mir nicht verbieten. Ihr wer... Lala... Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Gibt es hier nicht irgendwo so ein... Hier irgendwie... Ja, auch. I love you guys. I love you. Jetzt, das ist natürlich wieder dieses Standardkonzept hier. Sammel... Komm zum Gras. Komm zum Gras und dann letztendlich Munition dafür auszugeben. Habe genug Gras, aber zu wenig Munition. Lelele. So, das passt. Dann muss ich mich jetzt hier durchbämsen. In your face. Schade, der andere hat sich abgekriegt. In your face. Lebst du ja immer noch. In your face. Na, kommt dann der nächste an hier. Oh, langsam, langsam wurde es echt brenzlig hier. In your face. In your face. Das ist so dumm, ey. Vor allem, wie sieht es denn mit der Pistol-Munition aus? Carlos hat denn noch Pistol-Munition? Wieso hat er ihr die nicht gegeben, verdammt? Das ist doof. Na gut. Rein da. Sehenschlüssel benutzt Parkschluss und nicht mehr. Bla, bla, bla. Das heißt, wir gehen jetzt erst in den Park rein oder wie darf ich das verstehen? Wie groß ist denn bitte das Spiel noch? Wie groß ist die Stadt denn noch? Oh, halleluja. Was ist das? Ist das ein übernatürlicher Baseball-Schläger? Hier liegen Werkzeuge für die Wartung. Eisenrohr. Boah, ist das eine Waffe? Es ist im... Nein. Okay. Das ist kein Silent Hill, verdammt. Okay. Dö, 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 dö. Ja, also definitiv nur mal normale Pistol-Munition schaffen und nur mal Schrot. Weil für die Zombies lohnt es sich dann echt nicht. Also, wir haben ein bisschen Verschwendung, wenn wir da irgendwie Granatenwerfer oder Shotgun-Munition einsetzen, finde ich. Ist ein bisschen doof. So. Liegen gelassene Flaschen. Moment. Handy, 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 Handy. So. Jetzt will ich aber noch ganz kurz was gucken. Das ist kein Safe-Raum. Und das kotzt mich schon wieder an. Das ist irgendeine interessante Tür, ne? Da kamen wir ja her. Okay. Hm. Werkzeuge. Irgendwie würde ich dann doch ganz gerne jetzt mal eine kleine Pause machen. Gehen wir mal erstmal noch mal durch die Tür hier. Klick, klack. Finger ab. Oh, perfekt. The game knows what I want. Okay. Dann werde ich jetzt nämlich erstmal hier. Das machen wir jetzt nochmal ganz schnell. Können wir ein bisschen die Folge länger machen. Kein Ding. Kombinieren. Verbessere Muni... Wo möchten sie die... Möchten sie die verbesserte Munition herstellen? Ja. Tatsächlich. Ach ja. Ah. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich es verstanden. Ganz am Anfang, in der ersten Folge wurde... Oder in der zweiten Folge wurde uns doch gesagt, wenn wir... Ähm... Einen bestimmten Munitionstyp... Öfter... Herstellen. Dann... Dann verbessert sie sich im Herstellen. Und deswegen ist die Munition entstanden. Achso. Jetzt macht alles wieder Sinn. Guti, 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 gut. Das heißt, es ist aber trotzdem Pistolenmunition. Darf ich das jetzt richtig verstehen, ja? Das heißt, ich hatte die ganze Zeit Pistolenmunition. Oh, wo kommen die Patronen jetzt her? Alter, ihr seid doch scheiße. Gut. Ähm... Ich muss erst... Ich muss erst mal... Äh, warte mal. Ja, das mache ich jetzt. Das haue ich noch rein. Ich schmeiße erst mal alles raus. Habe ich noch ein einzelnes rotes hier? Einzelnes rotes, einzelnes rotes, einzelnes rotes, einzelnes rotes, einzelne... Okay. Raus. 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 20. Habe ich ja nicht extra irgendwie so raus. 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 Stahlrohr. Beginnen wir mit der... Verbesserten Pistolmunition gefolgt. Diesbezüglich von der Pistole. Ähm... Ja... Granaten, Shotgun, Granaten, Shotgun, Granaten, Shotgun. Nehme ich die Granatenwerfer mit. Sechs Stück. Und... Jeweils... Einen Erpie, 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 Erpie. Und dann... Damsi, 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 Damsi. Inkribble natürlich ist ja jetzt logisch. Ja komm, dann packen wir die Shotgun noch ein. Laden die nochmal nach für den Fall der Fälle. Wo ist das? Jetzt so hier. Bumm, zack. Nachladen. Klingelack. Reinschmeißen. Dann speichern wir... War mal... Achso, guck mal, hier liegt ja noch ein High Spray. Klar. Das können wir auch gleich mal in den Kasten werfen. Ohne es natürlich kaputt zu machen. Aber ich glaube, so ein Spray ist recht robust. Aber hier sonst noch was? Ne. Nein, nein, nicht nochmal rein. Okay, Leute. Da würde ich mal sagen, das war's heute mit... Let's... Ja, das ist eine Schreibmaschine, Jill. Die du jetzt zum allerersten Mal siehst. Weißt du? Das war's heute mit Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. Und jetzt ist es auch wieder berechtigt, dass das Nemesis heißt. Denn Nemesis ist bisher wieder da. Verdammte Scheiße. In der nächsten Folge erkundigen wir dann endlich den Park. Wobei, es ist ja alles... Es ist alles schon der Park. Aber irgendwie sind wir jetzt erst richtig im Park oder whatever. I don't know. Ja. Das werden wir tun. Und dann, wie gesagt, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel noch so lange geht. Verdammt. Ich dachte wirklich, Amcok Tower ist Schluss. Na, okay. Bis zum nächsten Mal. See ya.